Das ist Paula. Sie ist 24 Jahre und studiert Kunst. Paula betreibt einen erfolgreichen Online-Shop und nutzt für den Versand die Deutsche Post. Nun plant sie einen längeren Urlaub mit ihrem Freund in den Bergen. Während ihrer Abwesenheit erwartet Paula wichtige private und geschäftliche Post. Sie bucht den Lagerservice der Deutschen Post, damit alle Briefe sicher gesammelt werden. Die Beauftragung kann in jeder Filiale oder bequem von zu Hause online in der E-Filiale der Deutschen Post erfolgen. Der Lagerservice bewahrt Briefsendungen während einer Abwesenheit von einem Tag bis zu drei Monaten sicher auf. Besonders praktisch? Am Ende wird die gesammelte Post zum Wunschtermin zugestellt. Der Urlaub beginnt mit einer Bergwanderung. Am Gipfel angekommen ist die Überraschung groß. Ihr Freund macht Paula einen Heiratsantrag. Diesen Moment fotografieren die beiden mit Paulas Handy. Und sie wollen das Ereignis sofort mit Freunden und Verwandten teilen. Mit der FunCard-App der Deutschen Post kann Paula eine echte Postkarte gestalten und direkt vom Gipfel verschicken. Das geht einfach. Die Deutsche Post druckt, frankiert und liefert diese Postkarte dann schnell und zuverlässig an den gewünschten Empfänger im In- oder Ausland. Das gleiche Motiv versendet Paula mit nur wenigen Klicks an viele ihrer Freunde. Für ihre Eltern nutzt sie ein außergewöhnliches Format. Das Telegramm. Das geht besonders schnell, sogar aus dem Urlaub. Der Postbote überbringt das Telegramm persönlich. Lernen Sie diese und weitere tolle Produkte der Deutschen Post rund um das Thema Urlaub jetzt kennen unter www.deutschepost.de-urlaub.